Die Statistik unterteilt sich in folgende drei Teilgebiete, in die induktive Statistik, in die deskriptive Statistik und in die explorative Statistik. Die deskriptive Statistik veranschaulicht man mit Zahlen und Tendaten anhand von Säulen, Balken oder Kreisdiagrammen. Die Statistik und Tendaten anhand von Säulen, Balken und Tendaten anhand von Säulen, Balken und Tendaten anhand von Säulen.